Ein brutaler Journalistenmord. In Köln begrüße ich jetzt ganz herzlich den Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall. Schönen guten Abend nach Köln. Guten Abend. Herr Überall, ein EU-Land, bis vor kurzem noch die Präsidentschaft des EU-Rates inne und dann ein derartiges Attentat auf eine investigativ arbeitende Journalistin. Was sagt das über die Situation in einem europäischen Mitgliedsland? Naja, wir haben ja in einigen europäischen Mitgliedsländern Probleme mit der Pressefreiheit, aber auch hier Presse- und Meinungsfreiheit gerät in Malta offensichtlich zunehmend unter Druck. In der Rangliste von Reporter ohne Grenzen steht Malta auch nicht besonders gut da, von 180 Ländern nur auf Platz 47. Das heißt, es gibt auch in der Vergangenheit schon Schwierigkeiten dort, was die Pressefreiheit angeht. Aber dieser feige Anschlag auf einen Menschen, auf eine Kollegin, auf eine Journalistin ist natürlich auch ein Warnzeichen für alle anderen Kolleginnen und Kollegen, einfach auch vorsichtig zu sein. Auf der anderen Seite dürfen sie sich eben auch nicht einschüchtern lassen. Das ist genau das. Sollte es sich tatsächlich hier um einen politisch motivierten Anschlag handeln, was die Drahtzieher wollen. Ihr Verband hat dieses Attentat auch schon kritisiert. Was sagt das denn aus über die Zusammenarbeit mit der Polizei? Offensichtlich hat sie ja von Drohanrufen und Drohungen oder Morddrohungen gar schon gesprochen und die Polizei auch darüber in Kenntnis gesetzt. Das ist die Schwierigkeit. Die Sicherheitsbehörden haben auf Malta offensichtlich nicht so umfassend reagiert, wenn die Darstellung so richtig ist, dass mehrfache Hinweise ignoriert worden sind oder zumindest nicht ernst genommen wurden, nicht ernst genug genommen wurden. Diese Situation haben wir immer wieder. Das passiert auch in Deutschland, dass solche Meldungen bei der Polizei nicht ganz so ernst genommen werden. Aber man sieht eben hier da, wo Dinge sehr vermachtet sind, wo es mit den Panama Papers um ein wirklich großes politisches Problem, ja um einen Skandal geht. Wir haben das möglicherweise in den Zeitungen, auch in den Fernsehsendern, in den Radiosendern mal einfach so zur Kenntnis genommen und gesagt, okay, das ist jetzt alles ganz furchtbar. Aber dass da handfeste Gewalt hinterstecken kann in solchen Kreisen, ich glaube, das machen wir uns viel zu wenig bewusst. Und das machen sich auch Sicherheitsbehörden, auch in Europa, viel zu wenig bewusst. Die EU-Kommission hat das Attentat naturgemäß auch schwer verurteilt. Wäre ein Appell in Richtung Brüssel, dass man mehr Druck auf die Länder ausübt, in denen offensichtlich Korruption an der Tagesordnung sein könnte? Da gibt es ja noch andere Beispiele in der Europäischen Union. Ja, es ist ja nicht nur der Bereich der Korruption. Es ist auch zum Beispiel der Drogenhandel, der Waffenhandel. Es gibt ganz verschiedene Herausforderungen, wo Kreise am Werk sind, die eben auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Die Mafia in Italien beispielsweise ist auch ein solcher Fall. Insofern, ja, es muss da mehr getan werden. Und im Rahmen, wenn man eine europäische Sicherheitsarchitektur ernst nimmt, dann muss es eben auch ähnliche, vielleicht sogar gleiche Lebensverhältnisse in allen europäischen Ländern geben. Da gibt es an vielen Fronten viel zu tun. Aber was die Pressefreiheit und was die handfeste Bedrohung von Journalistinnen und Journalisten angeht, ist das, weil es sich auch um ein Grundrecht handelt, sicherlich ganz besonders wichtig. Haben Sie den Eindruck, das hat sich in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten, wie kann man das beschreiben? Hat es sich dramatisiert? Hat es sich verändert im Zuge auch der besseren Recherchergebnisse, was beispielsweise Korruption angeht? Ja, zumindest in Europa ist das für uns relativ ungewöhnlich. In Mexiko beispielsweise bei Drogenkartellen, da wusste man, das ist brandgefährlich. Aber mittlerweile ist das auch in Europa so. Wir müssen nur zum Beispiel auch in die Türkei gucken, auch wenn sie nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Aber da ist es so, wenn man den Beruf eines Journalisten, einer Journalistin wählt, ja, das ist so gefährlich wie Feuerwehrmann oder Polizist oder sogar Soldat. Das macht man sich hier zu Lande zuweilen gar nicht bewusst. Aber auch hier in Deutschland, deswegen stehen wir ja auch nicht in der Spitze der Rangliste der Pressefreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Auch hier in Deutschland gibt es Herausforderungen. Eine Zeit lang hat es immer wieder Übergriffe, vor allem bei rechten Demonstrationen, auf Journalistinnen und Journalisten gegeben. Und auch da hatte man den Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden nicht ganz so intensiv sich darum tatsächlich kümmern. Die maltesische Reporterin gehörte zu einem europäischen Netzwerk. Sie haben die Panama Papers selbst beschrieben, die aufgedeckt wurden. Muss man sich jetzt Gedanken darum machen, dass Journalisten mehr davor zurückschrecken und dann sozusagen die Macher am Werk, die illegal dort arbeiten, dass die dann eher damit durchkommen könnten? Ja, genau das wollen ja eben diejenigen, die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, die unter Verdacht stehen, die vielleicht auch schon überführt worden sind. Und wir dürfen da jetzt nicht zurückschrecken. Das bedeutet eben, Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Das bedeutet aber auch eben beispielsweise als Berufsverbände, so wie wir als Deutscher Journalistenverband, mit den Sicherheitsbehörden im Gespräch zu bleiben. Und wie schwierig das manchmal sein kann und wie wenig ernst das genommen wird, haben wir ja gesehen beim G20-Gipfel in Hamburg, wo auch Journalistinnen und Journalisten bei der Arbeit behindert wurden. Hier wurden die Akkreditierungen entzogen. Das heißt, man muss hier wirklich den Staat fordern, Journalistinnen und Journalisten, zumal, wenn es einen ganz konkreten Anfangsverdacht, ganz konkrete Drohungen gibt, dass der Staat dann eben die Kolleginnen und Kollegen auch nachhaltig schützt. Sagt Frank Überall, Chef des Deutschen Journalistenverbandes. Herzlichen Dank. Ich danke auch.